To-Kanelli! Hallo ihr Lieben, ich bin's, To-Kanelli. Und heute zeige ich in diesem Video euch von meiner Familie die Morgenroutine. Ich hoffe, es gefällt euch. Und viel Spaß. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Oh Mann, es ist noch so früh. Egal. Es muss sein. Aber ich freue mich trotzdem auf den heutigen Tag. Wir ziehen mal das an. Perfekt. Lassen wir nochmal mal einen Schlafen. Kinder, aufstehen. Es ist Kindergartenzeit. Mama, bitte lass mich mal schlafen. Ich will nicht. Aber es ist jetzt Kindergartenzeit. Komm, wir tun deinen Schlafen. Okay, Mami. Okay, aber jetzt setz dich mal hin. Ich werde mal deinen Geschwistern. Okay. So, komm schon, aufstehen. Mama, aber ich will nicht. Ach, Schatz. Na gut. Wir gehen vielleicht heute in die Mall, willst du? Bist du small, Mami? Ich will, ich will. Ja, okay. Hier, setz dich hin. Ich weck mal deine Geschwister auf. Aufstehen. Aufstehen. Jetzt gibt es für dich mal Milch, Lea. Hier, mein Lieblingsmilch. Genau. Ganz schön trinken. Okay. Okay. Eine große Schwester müsste auch gleich ausstehen. Komm, wir setzen uns hin. Was? Was passiert? Oh, das war ja nur mein Bäcker. Oh, Mann. Oh, Mann. Warte, wie schaltet man den jetzt aus? Oh, warte. Ich versuch's nochmal. Also, jetzt geht's. Jetzt zieh ich mal meinen Schlafsack weg. Oh, keine neuen Nachrichten, oder? Aber ich verpasse gleich die Schule. Ach, doch nicht. Falsch gedacht. Okay, ganz schön fertig machen. Tasche einpacken. Mein Notizheft. Und mein Federmäppchen. Also, es ist alles Taschenrechner. Und dann kommt mein Federmäppchen. Ähm, und mein Kiesablock. Ja, das war's dann. Ah, nochmal eine Wasserflasche. Okay. Essen, Essen. Na, wartet. Ich muss noch was kochen. Okay, als erstes setze ich mal eure kleine Babyfeste in den Hochstuhl. Okay, diese Milch stelle ich dann mal weg in den Schrank. Weil du hast ja schon einen ab dem Tisch. Ja, und jetzt gibt's mal Brat für das große Regen. Ich esse mich mal auch auf dem Tisch. Aber ich glaube, ich mach mir mein Lieblings Käsesalat. So, Löffel und Schüssel hab ich da schon. Ähm, Salat. Ups. Ja, und hier ist Käse. Genau. Mh, lecker. Äh, Älf, 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 Älf. Älf, Älf. Lauf, geh auf den Tisch. Mh, Orangelaft. Löffel. Liebe Orangelaft. Aber wo ist eigentlich unsere Müslü? Mama, wo ist Müslü? Oh ja, ganz vergessen. Wartet mal, ich hol mal euch Müslü, okay? Ja, ja. Ja, klar, ich schau mal ganz kurz nach. Und ja. So, gleich im Kühlfaden. Da ist immer unser Müslü. Hm? Oh nein, ich glaub, wir haben kein Müslü mehr. Wir haben kein Müslü. Was? Aber Mama, weißt du was? Wir haben gestern alle abends gegessen und heute haben wir kein Kühlfaden mehr. Das freut mich. Dann geht und schaut Fernsehen. Fernsehen, Fernsehen. Ich entscheide, was wir gucken. Und zwar das, was ich will. Jetzt, so, guck. Wollen wir das nicht gucken? Oh, okay, na gut. Ja, das will ich gucken. Aber wir nicht, wir mögen das nicht. Oh, na gut. Dann komm, wir schauen uns was anderes an. Das ist perfekt. Wir mögen das nicht. Oh, na gut. Dann komm, schau ich mir was an, was wir beide wollen. Ja, das wäre am besten. Guck, wir gucken das da. Ja. So, ich bin fast erdfertig mit dem Essen. Lecker. So, noch ein bisschen und ja, dann reibe ich mal das alles in die Spülmaschine. So, Löffel und meine Schüssel. Oh, meine Fassentaschen. Mama, ich gehe da mal. Okay, Schatz. Bis später. Bis später, Mama. Tschau. Tschau. Hat euch dieses Video gefallen? Also, mir schon. Ich hoffe, euch hat es wirklich ganz doll gefallen. Also, dann Daumen nach oben für Part 2. Weil das ist ja noch nicht zu Ende. Also, dann noch einen schönen Tag.